Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Sieh mich an. Du bist kein Freak Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin Also... Hast du keine Freunde? Zum Reden? Tch. Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Tch. Aber... Hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte... loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und der Mutter Myceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir? Ja. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutter Myceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings... Hab ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte? Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Äh... Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerungen derer, die in unmittelbarer Nähe sterben. Auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also... Du... Dank... deiner Verbindung... kannst du die... Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, ja. Ja, Rose. Aber nicht gefährlich. Okay? Es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du... Scheiße. Ich... Keine Ahnung. Versuch's... zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich, gefälligst du, Creak. Wer will schon mit der befreundet sein? Der ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit dem? Hört auf! Hört auf! Sie sind tatsächlich... ...creaky. Creaky. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Die Hand hat sich was bewegt. Weg. So was von nicht normal. Ich bin echt am Stoß. Bitte hört auf! Ich bin noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier... ...stimmt was nicht. ...stimmt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Da steht mein Name. Was ist das? Okay. Okay. Was ist das? 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 Ich liebe dich. War das etwa? Oh Gott! Was? Oh, mein Gott! Nein! Scheiße! Sie sind zu weit! Was ist das schon da los? Hier nicht! Nein! Scheiße! Sie sind zu weit! Ah! Ah! Mach schon, der Rost! Scheiße! Scheiße! Was? Was? Nein! Bleibs weg! Was? 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 Was bist du? Okay. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Nicht bevor ich das losgeworden bin! Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden! Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Okay. Michael? Und jetzt? Was ist das? Sie tun mir so leid. Ah, 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 ah. Und wieder eins geschnappt. Ein lebhaftes Ding bist du. Wirst du doch mit dieser Energie weggelaufen. Das hätte dir ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los, lass mich los. Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ah, 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 ah. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Ich muss hier raus! Das verfließt nicht runter! Ein Glück! Ein Ausgang! Schiff! Echt jetzt? Woher denn bitte? Was, etwa so? NOOOOO! Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Sie sind weg. Das muss der Kristall sein. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Das muss der Kristall sein. 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 Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Was? Also, bin ich quasi allein? Toll. Das muss der Kristall sein. Das muss der Kristall sein. Okay, gut. Aber wie? Was muss ich tun? Verstärker? Ja? 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 Das war's für heute. 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 Und was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.